Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Adam Motors. Links neben mir seht ihr sie schon, die Trackstar HD 10 6x6 und genau darum geht es heute. Bis zum nächsten Mal. Wir fangen wie immer ganz klassisch vorne an. Hier vorne ist eigentlich nichts mehr im Serienzustand außer den drei Kunststoffhaubenteilen, die wir hier in Tundra Green serienmäßig haben. Sonst haben wir eigentlich alles vorne verändert. Wir fangen an mit dem großen, breit gefächerten Ranger-Rahmschutz hier vorne. Direkt dahinter befinden sich einmal hier die charakteristischen Standlichtleuchten von der Trackstar XMR, die sie ja serienmäßig verbaut haben. Im oberen Teil haben wir hier einmal den Linku-Schwenkträger. Auf der Motorhaube sage ich jetzt einfach mal Schwenkträger aus diesem Grund. Wir müssen das Ganze hier oben einmal wegklappen können, denn unter dieser Haube befindet sich ja praktisch die Technik des Fahrzeugs. Technik aus dem Sinne, hier befindet sich der Dongle. Sprich, wo wir mit dem Tester dran müssen, auch das Magnetventil für die Winde. Also wir müssen da definitiv beim Service hin. Jetzt handelt es sich ja hier bei der 6x6 um ein internationales Modell. Sprich, das Fahrzeug ist nicht homologiert, hat keine Straßenzulassung ab Werk, aber wir machen das selbstverständlich möglich. Wir haben hier vorne einmal in den RAM-Schutz direkt die Standlicht-Blinger-Kombination nachgerüstet. So ist dem Ganzen auch nichts mehr im Wege hier außen oder vorne drauf extrem aufgebaut. Sieht immer ein bisschen doof aus. Original sitzen sie ja direkt hinter dem RAM-Schutz. Funktioniert mit dem Ranger-Ram-Schutz eben nicht so gut, weil hier eben die Platten zu sind und man das Ganze natürlich nicht sieht. In der Mitte haben wir einmal die 4500S, sprich Synthetik-Seilwinde nachgerüstet, denn wie ihr mit Sicherheit alle wisst, hat die 6x6 serienmäßig keine Seilwinde. Beleuchtungstechnisch wollte der Kunde eigentlich so gut wie alles haben, was möglich ist. Wie gesagt, hier die charakteristischen Standlichtleuchten, hier oben einmal die RAM-LED-Strahler, hier auch mit einer Flügelschraube, die man dann lösen können, was auch gleichzeitig als Suchscheinwerfer funktioniert. Oben am Adventure-Dachgepäckträger natürlich eine große LED-Bar nach vorne, aber dazu später mehr. Eine Kabine wollte der Kunde auch haben, deswegen haben wir hier die Deluxe-Variante genommen aus dem einfachen Grund. Es ist die neue Kabinen-Variante. Sie schließt wesentlich softer als die Premium-Kabine. Sie hat ein bisschen besseres Design meiner Meinung nach, auch mit den großen Fenstern hier. Man kann schön rausschauen, man sieht vor allem sehr viel und die Türpaneele hier sind farblich wählbar. Eine andere Option bei Grün wäre jetzt noch schwarz gewesen, aber das Grün gefällt mir persönlich auch sehr gut. Tundra Green, genauso eben wie die Haubenteile vorne. Einziges Manko, kleiner Nachteil bei dieser Kabinen-Variante ist, sie ist leider nicht mehr abschließbar. Aber machen wir weiter. Wir haben hier unten einmal noch Schwellerschutzrohre verbaut. Eigentlich das Fahrzeug im vorderen, seitlicheren und hinteren Bereich so weit wie möglich sehr gut geschützt. Auch hier mit der Rahmenverstrebung, mit dem Ranger oder mit dem seitlichen Karosserieschutz, dem seitlichen Ranger-Karosserieschutz, den wir hier verbaut haben, um eben auch die Seite des Fahrzeugfrontes sehr gut zu schützen. Das Fahrzeug soll für den Jagd- und Forstbetrieb genutzt werden, eher für den Jagdbetrieb. Deswegen brauchen wir hier bei der 6x6 auch definitiv hohe Bodenfreiheit. Was macht man den einfachsten Weg? Ganz klar, wir nehmen 30 Zoll Reifen und das natürlich auch an der Hinterachse und natürlich auch an beiden Achsen. Wenn ihr jetzt, wie auch dieser Kunde, das Fahrzeug im Jagdbereich nutzen wollt und euch der Gewehrhalter im Innenraum eigentlich mehr stört, wie das er euch was bringt, haben wir noch eine Alternative. Und zwar haben wir hier nochmal ein Geräte- bzw. einen Gewehrhalter. Hier oben haben wir schön den großen Platz für fünf Gewehre. Sprich, hier oben kann der Lauf festgemacht werden. Und im Inneren sieht man eigentlich auch ganz schön die Taschen, wo der Schaft praktisch schlussendlich drin sitzt. Wir haben hier einmal fünf Steckplätze, wo wir dementsprechend dann auch die Gewehre festmachen können. Hier oben wird das Ganze über einen Gummizug diagonal festgemacht und das Ganze sitzt natürlich. Vorteil von diesem Geräte bzw. Gewehrhalter ist, das Ganze funktioniert über das Link-Q-System. Bedeutet, ich mache das hier einmal auf und wenn es mir auf der Beifahrerseite stören sollte oder ich sie auf der Fahrerseite haben möchte, nehme ich das, laufe einmal um das Fahrzeug drum herum, setze es hier rein, mache es zu und das Ganze hebt hier natürlich genauso gut wie auf der anderen Seite. Kommen wir zu dem etwas anderen Zubehör, was sich noch auf der Ladefläche auf der Britsche befindet, nämlich braucht ein Jäger natürlich auch eine Seilwinde hinten auf der Britsche, damit er sein Wild nicht auf die Britsche tragen muss, sondern eben auch ganz bequem mit der Seilwinde hochziehen kann. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Ganze zu bedienen. Einmal direkt am Fahrzeug, einmal hier über den Kippschalter in und out oder super easy und bequem über die Fernbedienung, wo ich natürlich dann auch am Wild sagen kann, alles klar, ziehen wir das jetzt hoch. Wir brauchen natürlich auch dementsprechend noch ein bisschen Werkzeug. Jetzt mal abgesehen vom Jagen vielleicht auch eine Kettensäge oder eine Axt. Ich weiß ja nicht, mit was ihr Jagen geht, aber ich persönlich würde es mit einer Kettensäge nicht machen. Daher haben wir hier hinten einmal noch die große Werkzeugbox, die natürlich hier auch doppelflügig ist. Ich komme einfach mal auf die andere Seite rüber, dann zeige ich euch das Ganze. Wir können das von beiden Seiten aufmachen und der Vorteil hier ist auch, wir haben keine Bordwand in der Mitte, sprich wir können hier einmal dementsprechend auch durchladen. Da für viele Leute der Arbeitstag nicht vorbei ist, sobald die Sonne untergegangen ist, brauchen wir hier natürlich dementsprechend auch noch Arbeitsscheinwerfer, eine Rundum-Ausleuchtung, damit man auch dementsprechend genügend sehen können. Deswegen hier einmal den Adventure Dachgepäckträger, wirklich mit einer Rundum-Beleuchtung vom Feinsten. Große LED-Bar nach vorne, große LED-Bar nach hinten, seitlich auch die circa 40 Zentimeter großen LED-Bar auf der rechten, sowohl als auch auf der linken Seite, wo wir die Drexta dann dementsprechend natürlich komplett ausleuchten können. Hier haben wir auch schon das Herzstück der Drexta 6x6 HD10, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, HD10, knapp 1000 Kubik, 82 PS, Zweizylinder-Motor. Was haben wir hier hinten eigentlich noch so alles? Wir haben den Kühlmittelbehälter, keine Angst, der befindet sich jetzt nicht auf Maximum, liegt einfach daran, dass wir das Fahrzeug hier im Showroom kurz bewegt haben, wir hier eine Heizung eingebaut haben und es kann immer noch sein, dass die ein oder andere Luftblase sich hier in dem Kühlmittelkreislauf befindet. Selbstverständlich entlüften wir das Fahrzeug, bevor es euch an die Kundschaft rausgeht. Links daneben haben wir noch einmal den Wischwasserbehälter, denn die Frontscheibe vorne kann natürlich auch die Scheibenreinigung. Wie im vorderen Bereich des Fahrzeugs schon erwähnt, handelt es sich hierbei um ein internationales Modell. Das bedeutet, wir haben keine Straßenzulassung, habe ich vorne auch schon gesagt. Wir machen das Ganze natürlich möglich. In die Originalfassung kommen die Blinker rein, natürlich auf der Beifahrerseite und auch auf der Fahrerseite. Was gehört noch dazu? Klar, Standlicht, Bremslicht, serienmäßig, eine Anhängerkupplung, eine Anhängersteckdose, Kennzeichenhalter mit Kennzeichenleuchte und natürlich die Schneebeschlussleuchte. Wenn wir uns jetzt gerade eben schon hier unten befinden, der Kunde wollte auch noch eine Rückfahrkamera haben. Diese haben wir in diesem Bereich hier montiert. Aus dem einfachen Grund, hier kann er seinen Kugelkopf noch mit anschauen oder er sieht seinen Kugelkopf noch und sieht dementsprechend auch, wenn ein Hänger hinten dran anhängen möchte, wie weit er zurückfahren muss. Zurückfahren ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben hier auch noch den Heckrammschutz verbaut, der natürlich etwas über das Fahrzeug hinausragt. Falls ihr wirklich mal zu weit zurückgefahren seid, damit eben das Fahrzeug nicht sofort Schaden davon trägt. Im Innenraum, fangen wir ganz links an, befindet sich hier der Lichtschalter für Abblendlicht und Fernlicht und hier ein riesen Vorteil bei der 6x6, wir können das Licht separat komplett ausschalten. Jetzt werden sich die einigen denken, wow Jungs, super gemacht, ihr könnt bei einer Drexta das Licht ausschalten. Aber gerade im Jagdbereich haben wir hier ein riesen Vorteil, wenn man das Licht eben ausschalten können, weil wenn ihr dann fertig seid mit Jagen oder im Fahrzeug irgendwas holen wollten, schaltet die Zündung kurz an, warum auch immer, und könnt das Licht nicht ausschalten, ist der komplette Wald hell und dann jagt ihr abends nämlich gar nichts mehr. Wir haben auch viele Kunden, die einfach sagen, wir möchten das trotzdem haben und rüsten das dann einfach selber nach. Funktioniert natürlich auch. Hier bei der 6x6 haben wir serienmäßig. Daneben befindet sich einmal der Blinkerschalter, links rechts ganz klar, die Hupe und auch den Schalter für die RAM LED Strahler hier vorne. Machen wir hier einmal rechts neben dem Zündschloss weiter. Wir haben hier einmal den Allrad zum Schalten, die Differenzialsperre, die Nebelschlussleuchte, die wir natürlich brauchen und die Seilwinde raus und rein ganz klar. Darunter einmal den Warnblinkschalter, den wir natürlich im Rahmen der LOV einmal nachrüsten. Die Heizung, die Bedieneinheit der Heizung befindet sich einmal eigentlich unmittelbar darüber. Links die Gebläsestufen, rechts warm, kalt und im oberen Bereich des Fahrzeugs haben wir, deswegen ist es hier drin auch so hell, einmal eine Innenraumleuchte nachgerüstet, der Spiegel, der gleichzeitig auch als Rückfahrkamera funktioniert und die Schalterbelegung für die dementsprechenden LED-Bars auf dem Dach. Das war es auch schon wieder mit dem Präsentationsvideo über den Umbau der Drexta 6x6. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einmal das Video liken, den Kanal abonnieren, kommentieren, folgt uns auf Facebook, Instagram und TikTok und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.